Das globale Finanzsystem wird seit der Weltfinanzkrise von 2008 künstlich am Leben erhalten. Das kann allerdings auf Dauer nicht gut gehen. Deswegen arbeiten die Zentralbanken im Hintergrund an einem neuen Geldsystem. Dieses neue Geldsystem basiert auf digitalen Zentralbankwährungen. Diese neuen Währungen werden von den Zentralbanken allerdings nicht im Alleingang entwickelt. Diese Arbeit wird international koordiniert und aufeinander abgestimmt. Wer das tut und wie er das tut, das erkläre ich in meinem neuen Buch World Economic Forum – Die Weltmacht im Hintergrund.